Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Eve Online und ich bin ja in Araron nach unserer Bergbau-Aktion letztes Mal. Ich muss nur mal kurz was schauen. Ist alles okay. Da lese ich noch mal kurz. Geschäfts-Geschäfte. Ja, so, okay. Das ist die Ausbeute vom letzten Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles... Ich muss noch mal kurz gucken. Da sind wir. Ich muss mal kurz schauen. Also Araron haben wir welches. Ja gut, okay. Das ist okay so. Dann haben wir alles soweit hier. Ich war mir ja nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Ob ich nun die Minereien verkaufe oder das Erz. Ich werde die Minereien verkaufen. Ich werde dabei bleiben. So, aufbereiten. Kostet auch immer einiges, aber... Dieses hier habe ich auch meist aufbereitet, wenn das ging. Das habe ich nicht so verkauft, also... Aufbereiten. Ah ne, geht gar nicht. Oh. Hm. Wie viel ist das wert insgesamt? Zwei Millionen. Mal gucken, ob wir das verkaufen können. Ja... Ich weiß, dass einige Komponenten auch dazu dienen, um... Schiffe zu bauen und sowas, aber das mache ich ja nicht. Wie viel ist das wert? 177. Ah, auch raus. So. Aber die hier konnte man noch verschrotten, ne? Äh, aufbereiten. Genau. Das, was ich von den Serpentis und so von den NPCs bekomme, das bereite ich meistens auf. Dieses hier bereiten wir auch noch auf. Oh. So, jetzt stapeln wir einmal. Aber das sind die Reste, die nicht aufgewertet werden können. Wie viel haben wir denn jetzt hier an Wert? 13 Millionen. Was haben wir auf der Bank? Ach, 26. Das geht dann wieder an meinen Verkäufer des Vertrauens, ne? Das ist klar. Dieses hier können wir auch noch aufbereiten. So. Gut. Aber das ist alles weg. Brauchen wir nicht stapeln, ist egal. Äh, Planetary Management. Oder Planet Management. Ähm. Was haben wir hier jetzt? Sieben Millionen. Der ist fast voll. Das könnte ich eigentlich... Hm. Ich werde das noch einmal... Ich werde mal kurz schauen, wie es aussieht. Mal mal zur Seite. Ähm. Ich werde das einmal per Express Transport. Da hin. So. Dieses hier auch. Da hin. Das glaube ich dann noch nicht ganz voll, aber... Ja. Können wir die nochmal anlaufen lassen. Und dann wenn das... Ich verkaufe immer gerne, nachdem ich einmal voll habe. So. So. Das muss hier mal... Ah. Den können wir wieder anschmeißen. So. Motor. Können wir auch gleich mal gucken. Aber auch noch nicht ganz voll. Das. So. Den hier. Hier. Das ist nochmal Sauerstoff. Ich habe wirklich nicht so viel Zeit in der Woche jetzt meistens. Leider. Um hier mal zu spielen. Ich werde es noch nicht mehr versprechen. Ich lasse es sein. Äh. Es kommt so wie es kommt. Äh. Das ist jetzt bei Stu. Zeigen. Das ist nochmal Wasser. Das ist auch fast voll. Ja. Der bei Minus äh. Schieß mich tot. Da werde ich dann mal zusehen, ob ich mich in der... Äh. Ob ich das mal hinkriege, dass ich da nicht gleich abgeschossen werde. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. So. Und was aber noch ist. Wir haben ja noch drei Planeten, die wir... Zwei kann ich noch. Ich habe im System hier meine ich keine Planeten mehr, die ich noch ausbeuten könnte. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Mal das mal kurz auf. Araron. Drei. Sieben. Sind wir. Äh. Araron. System. Infos anzeigen. So. Orbitale Körper. Lava. 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 Gas. Das ist die sieben. Baron ist die acht. Gucke ich mal beim Nachbar. So. Temperate. Temperate. Ozeanik. Der hat mehr Storm da. Das wäre was noch für Sauerstoff. Hier haben wir einen 04er. Das wäre ja vielleicht auch mal was. Was hat der denn so? Oh nein, nicht kurz setzen. Baron Baron. Storm. Ozean. Gas. Der hat ein Gas und ein Storm. Da könnte man zweimal Sauerstoff. Ich. Shantos haben wir auch noch. Das ist 06. Wir bleiben mal hier. Wir. Hab ich noch ein Gas Ding? Hab ich glaube ich. Was ist der Neurius? Algesian. Wo ist das denn? 6. Hab ich da noch. Mhm. Wie weit ist das weg? Ein Sprung. Aha. Ja. Da würde ich doch mal sagen. Dann. Setze ich doch da mal Kurs. Und. Ich wechsle mal das Schiff. Weil ich möchte jetzt bei dieser Station bleiben. Äh. Verlassen. Dann docken wir mal ab. Und ging zum Transporter. Beziehungsweise unser Transportschiff. Äh. Da ist es. Gab ja auch ein neues Update. Ich hatte da so ein bisschen zwischengelesen. Es ist irgendwas mit den Strukturen. Die nicht mehr näher wie 500 Kilometer aneinander sein sollen. Irgendwelche. Äh. Portale oder sowas. Ich habe das nicht ganz verfolgt. Weil ich. Ja keine Strukturen baue. Bis jetzt jedenfalls nicht. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann wenn ich Lust habe. Aber es ist auch nochmal eine Nummer schwerer. Hier sind die Autolysien. Mhm. Undockerlaubnis ergeben. Undockerlaubnis erteilt. Undockerlaubnis erteilt. Undockerlaubnis erteilt. Okay. Ab in Denerius. Entschuldigung. Gut. Jetzt geht es ab nach. Oh. Piep piep piep. Das lasse ich jetzt mal drin. Das ist mein Essen. Ähm. Gut. Abdocken. Ach da ist sogar schon einer drin. Das passt doch. Ich hole aber die anderen auch nochmal. Zumindest drei davon. Weil ich möchte noch mehr Planeten ja besiedeln. Zwei Stück. Dann nehme ich nochmal eine. Himmel. ino. G year herum. Du wo wo wo. Jawohl. ik habe heißt erklärung da Vögel. Ungo, Carl Held. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Musst du mal kurz gucken. Algazinan, also noch eine Sternkarte. Algazinan, oh das ist ein bisschen weiter weg. Wieso kann ich da nicht? Irgendwas habe ich gesperrt, dass ich da nicht mehr hinkomme. Ich weiß aber nicht was. Äh, dann machen wir folgendes. Dann nehme ich jetzt erstmal die, ähm, es geht erstmal nach Stu. Wir, ich mache den Kurs mal weg. Äh, da. Und wir machen mal uns in Stu breit. Setzen da noch eine Gas-Command. War das ein Storm? Ich glaube ja, es war ein Storm-Planet. Setze da eine weitere Sauerstoffproduktionsanlage hin. Und, ähm. Sind wir da auf der sicheren Seite. Ich gucke nochmal kurz. Das hier weiß ich nicht mehr, was das war. Ich habe es vergessen. Oh, wo? Das ist gut. Da haben wir auch noch ein Gas-Command-Center. Da könnten wir auch noch hin. Da könnten wir auch nochmal drei Stück holen. So. Also, Planeten. Jetzt do eins. Äh, jetzt. Bist ich nochmal kurz. Was ist du? Also. Äh, 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 Storm ist Nummer vier. Und, äh, das ist was. Ja. Nummer vier. Nummer vier. Planeten. Nummer vier. Da hat zwar ein Man da auch eine Station drauf, aber ich glaube, das macht nix. Das lassen wir einfach so. Planetare Produktion. Jetzt lassen wir uns Netzwerke anderer zeigen. Oder war das Wasser, was Leonan hat? Äh, Leonan, sag ich schon kurz. Amanda hatte. Ich weiß es nicht. Ist egal. Scannen. Nobel Gas. Oh, viel ist ja nicht. Hier ist ein guter Fleck. Würde ich doch mal sagen. Dann setzen wir da mal eine hin. Oh, Mist. Da gibt es ein extra-Comba nur Dings für. Oh, Mist. Das wusste ich nicht. Puh. Hm. Hm. Äh. Wo hatten wir Skoluzo? Mist. Ähm. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Wir gehen mal hier hin. Vielleicht ist da was. Hm. 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 Nee, der hat keine Gas-Planeten. Hm. Ich möchte natürlich auch nicht zu sehr in der Gegend rumdüsen. Ähm. Wie sieht es denn eigentlich bei Orson-Lerk aus? Gibt es das da eigentlich... Ach nee, Quatsch. Wir mussten ja woanders hin. Ich möchte ja woanders hin. Hm. Hm. Strom, Gas Ich fliege mal an Assist to World. Ich will mal was ausprobieren. Vielleicht ist das... Jetzt müssen wir wieder in Arawon. Ja gut, jetzt fliehen wir genau in die andere Richtung. Das ist klar. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe das jetzt ganz anders gemacht. Und zwar habe ich mir jetzt so einen Storm Command Center gekauft. Und werde das jetzt doch in Stu machen. Und da dann auch Planet Management installieren. Zur Sauerstoffproduktion. Eine ganz einfache Konstruktion. Ein Launch Pad. Na, wie heißt es denn? So eine Storage Einheit. Speichereinheit. Ein Command Center ist klar. Und das ist natürlich nicht so toll. So, jetzt passt das. Also, Stu, 4. Äh, äh, äh. Planet... Da. Planetare Produktion. Scannen. Noble Gas. Da haben wir ja schon eine Stelle. Die ist, glaube ich, am besten. Dann setzen wir das Command Center mal direkt in die Mitte. Da. Command Center. Abschicken. Ich werde das wieder aufs Maximum updaten. Das kostet zwar ein bisschen was, aber... So. Okay. Abschicken. Jetzt kommt... Ein Launch Pad. Ein Launch Pad. Äh... Ich mach mal... Erstmal nur... eine Fabrik. Oder wir machen gleich zwei. Dann Stowage Facility. Eine. Und den Extractor. Einen. So. Schicke ich jetzt mal ab. Und jetzt kommen die Links dazu. Also. Abschicken. So. Ihr. Produziert. Sauerstoff. Du produzier... Oh. Hört. Abschicken. Du produzierst ebenfalls Sauerstoff. Du... Bist auf Noble Gas programmiert. Da. Und wir machen mal... Und wir machen mal... Eine Stunde 6000. Wir machen mal mal einen Tag. Machen wir mal mehr. Wir machen das mal so. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Da hab ich noch genug Platz... für den Fünften... Gucken wir mal... So. So. So, das was du produzierst. Oh, der Gas. So, jetzt aber. Äh, halt drück. Das geht dahin. So. Das geht dahin. Dahin. Und auch. Dahin. Und. Oxygen. Geht dann. Hier hin. Und. Oxygen. Geht natürlich auch. Von dem. Dahin. Ja. So. Jetzt müsste alles funktionieren. Jetzt haben wir noch eine Sauerstoffproduktion. Und. Ich werde das jetzt dann. Noch mal beobachten. Ich habe das jetzt wirklich mal auf 14 Tage eingestellt. Ich werde mal prüfen, ob ich das bei den anderen auch so mache. Und dann im 14-tägigen Rhythmus halt diese Sachen verkaufe. Äh, vielleicht kann ich noch ein Storage mehr. Oder ein Launchpad mehr. Bauen. Um, wegen Speicherplatz und so. Ich werde es mal sehen. Mal gucken, wie das überlastet ist. Vielleicht muss ich da auch zwei bauen. Jeweils eine Storage Einheit für die hier. Aber so ist. Äh. Glaube ich ganz gut. So. Dann haben wir das auch erledigt. Dann. Geht es jetzt einfach mal in eine der Stationen hier. Beziehungsweise. Ne. Geht mal zurück nach Araron. Wo ist tool jetzt? Wo ist eigentlich der Platz im Finale? Das ist genauso員ig. Da in欄 neighborhood sind Alors Evelyn zu schön. Alles ist auf die Richtung passiert. Wo wird das機 happens. Alles zeigt was wissen Soaranne. arden产 todos der Entfluss ist gut aus dem万. Achst so. Einige Insel. ich glaube der epital war ja das für ich glaube jedenfalls das war doch der für ja ja warum denn nun gerade das warum habe ich eigentlich zwei von den dingern einen kann eigentlich auch wieder am ende haben gut dann werde ich mir die noch holen das war jetzt aber nicht mehr in der aufnahme ich werde mit ihnen jetzt noch holen dann anschließend ich war jetzt noch eine andere aufnahme und danach werde ich noch ein bisschen hier was machen so weit ich hier die geschichte das war's das packen wir erstmal hierhin ich würde mal sagen ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen war jetzt nicht so eine spannende folge aber ich bin halt dabei immer noch so ein bisschen mehr auszubauen und alles dass wir ein bisschen mehr cash rein kriegen sagen wir mal pro woche pro alle zwei wochen oder sowas wir sind ja schon mal ein bisschen also jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr ausgegeben aber es wird sich langsam jetzt aufbauen das vermögen und dann werden wir vielleicht auch den ersten ski für unseren zweiten flotten typen kaufen können und dann können wir auch schon mal mit drei leuten mining machen das ist mein ziel immer stufenweise ja ich bedanke mich fürs zuschauen bei euch wir sehen uns in der nächsten woche wieder und bis da eine schöne zeit und tschüss zu sehen uns in der nächsten woche wieder bis zum nächsten woche wieder bis zum nächsten woche wieder